hallo leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen indie horror game und wir spielen das live ja das ist ein ich glaube point and click auch mit rätseln und sowas aber da ist es sind glaube ich auch hot horror das ist glaube ich ein bisschen horrormäßig aber ich weiß nicht so viel über spiel ich habe ich fand es interessant und es ist auch eine demo und es wurde mit unity gemacht aber ja wir plan einfach mal und ich bin sehr gespannt jetzt erste level ist glaube ich die küche labor workshop kitchen es gibt drei level glaube ich momentan nur in der demo aber wir spielen küche ein neuer tot rekrut willkommen ich werde euch ich werde dir die basic von ja ich werde dir die grundlegenden sachen zeigen so you goal is to cause the death of the character mein ziel ist es mein charakter zu töten kann sein habe da bis richtig gelesen um das zu tun musst du reaktioner in der scene blablabla leider geht es nicht auf deutsch what can be rain and click on them to change its position no identify which object in the reaction highlight in blue also ähm kann sachen bewegen ich kann sachen hin und her bewegen mal so ähm was kann ich noch bewegen die teller da da kann ich bewegen ich kann das finally take your time and error arrange the object as good as you can when sets fields click on the object dead in the direction and carefully observe what happens was äh ich mache ich bewege einfach mal alles das kann ich so so ähm okay ähm sonst noch irgendwas so und jetzt kommt der jetzt rein der you failed try again you got fünf von acht objekten also ich muss alle bewegen alle einmal bewegen okay da da kann ich bewegen und dann wenn ich fertig bin muss ich das fenster aufmachen okay ich habe es verstanden zack 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 scheiße wie viel habe ich jetzt gemacht also das habe ich einmal gemacht 1 2 3 4 5 6 7 8 ich habe alle das fliegt runter you failed 6 von 8 warte hä ok 1 2 3 4 5 6 7 8 8 hä ich verstehe das spiel nicht ich verstehe das wirklich nicht gerade ist hier sonst doch irgendwo was hä 5 von 8 habe ich jetzt plötzlich hä ich verstehe ich verstehe es wirklich hä warte mal ich will mal schön was ausprobieren so jetzt habe ich 2 von 8 3 von 8 warte mal 3 von 8 ähm 6 von 8 hä what the fuck ich verstehe es nicht ja super das ist das erste level und ich komme hier nicht weiter weil ich das Spiel nicht blicke ernsthaft ok ich habe es nein habe ich nicht ah oh ein new death recruit willkommen hä also jetzt kommt es noch achso warte mal ich glaube ich habe es irgendwie ein bisschen verstanden ich muss irgendwie so eine Kettenreaktion sagt mir das dazu ähm ich muss auf jeden Fall was machen so das ist da das rollt dann da runter dann so glaube ich irgendwie du sch ich habe äh finally take your time and around the object klaus klaus stimmt das so irgendwie ja oh nein nicht ganz aber dich habe ich vergessen so wie war das so ich habe keine Ahnung ähm ich versuche es nochmal ok nein es war fail es war sehr fail so jetzt zack 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 er ist tot er ist tot jay ich habe alle acht objekte nächstes so jetzt sind wir hier in einem labor ernsthaft ich kann es auch verschiedene art und weise ich mache es einfach so dich kann ich dich kann ich auch verschieben dich kann ich auch verschieben was kann ich noch verschieben ernsthaft ich kann hier die farben wechseln so ab da starte ich das dann da ähm habe ich sonst noch irgendwas übersehen vielleicht ich muss alles nochmal verschieben oh was ist das denn für ein tier ich weiß nicht ist das jetzt mit lila nope dann muss es grün sein oder so ähm war es das ah dich habe ich noch nicht gesehen grün ne ich glaube rot ich glaube schon dass es rot ist hm schönes passiert wieder das dann hm dann kommt das da nope zwei von sechs habe ich immer noch ähm und das da vielleicht doch so ah ich glaube so so passt es so jetzt platsch zack das da ja oh ok das da muss ich anders drehen das muss ich anders drehen ähm so ja so muss es richtig sein so jetzt nochmal zack dann komm platz kabum zack ich glaube noch nicht ganz oder nope dann dich wieder du so so dann muss es vielleicht da treten nein ich glaube so mache ich mal so keine ahnung so dann nochmal ausprobieren es wäre noch nice wenn es ein bisschen schneller platzen könnte sehr sehr nice zack zack ja geil das habe ich irgendwie kommen sehen ähm dann zack wieder zack dann mach dich da mal so 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 jetzt nochmal versuchen zack komm mach jetzt das ding zack aber ich glaube okay ich glaube ich weiß was das problem war und zwar muss ich jetzt zack zack nein das war so so ah nein das da muss dann so bleiben jop so jetzt nochmal so zack und dann und zack und zack und da sind irgendwelche pillen rausgeflogen der Hase ist die ja oh man der Hase wird gleich aggressiv oder der wird gleich sowas von aggressiv äh okay der Hase ist ziemlich rot geworden yo okay cool so 6 von 6 okay jetzt sind wir in einer Garage in einer Werk-Auto-Garage oder irgendwas egal wir können hier ziemlich viel verschieben ganz wie viel können wir hier verschieben wie ernsthaft oh damit kann ich starten schau mal wer fällt dann muss das so bleiben ich will mal ausprobieren zack zack okay dann zack 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 okay cool ah hier noch okay dann nochmal ausprobieren zack zack oh scheiße das habe ich vergessen okay so 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 zack oh scheiße ja jetzt habe ich die da okay soll ich die Kiste da vergessen verdammt so 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 dich drehe ich mal und dich da auch direkt zack 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 okay okay ich glaube ich glaube dich muss ich noch verschieben mach mal so aber der Reifen muss ich den verschieben ich weiß nicht ich mach mal so kann ich da irgendwas verschieben nope oh man du bleibst so zack zack muss ich nochmal ausprobieren nope ich glaube der Reifen muss so bleiben wie er ist musst du so bleiben ich weiß nicht ich mach mal so zack 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 oh sorry war ein Unfall den habe ich da gar nicht gesehen okay der ist auf jeden Fall tot glaube ich ja gut das war es okay war ein ziemlich interessantes Spiel ich habe nur 20 Jahre dafür gebraucht das erstmal zu checken deswegen werde ich am Anfang wahrscheinlich sehr viel weggeschnitten haben wenn ich nicht zu faul bin ja aber wir gehen mal zum Menü und ja es war die Demo war eigentlich schon ziemlich interessant und ziemlich cool ja aber wenn es euch gefallen hat dann lasst mir dann lasst noch eine positive Bewertung da und schreibt mir in die Kommentare wie ihr dieses Spiel fandet ich fand es ziemlich nice und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder bis dahin ciao